Eine kompetente Beratung ist die Basis zur optimalen Umsetzung einer Idee. Uns bei Kollinger ist es wichtig, auf jede Idee individuell einzugehen. Dabei haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden die wirtschaftlich und funktional beste Lösung zu bieten. Über 40 Jahre Erfahrung geben uns die nötige Kompetenz, die verschiedensten Wünsche in höchster Qualität umzusetzen. Damit eine Idee in bester Weise verwirklicht wird, braucht es Menschen, die mit ihrem Fachwissen und Engagement zusammenarbeiten. Auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern produzieren wir Kleinserien sowie große Stückzahlen im Metallbau. Metall ist ein Rohstoff, der sich vielfältig verarbeiten lässt. Gerne kombinieren wir Metall auch mit anderen Rohstoffen wie Glas, Kunststoff oder Elektronik. Dank modernster Technik wie unserer Laseranlage, dem Schweißroboter oder dem Abkant-Biegeautomat haben wir die Möglichkeit auf die speziellen Wünsche unserer Kunden einzugehen. 170 qualifizierte Mitarbeiter arbeiten täglich an den einzelnen Produktionsschritten. Flache Hierarchien und ständige Innovation sind die Basis für unsere Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Unser außergewöhnlich breit aufgestellter Maschinenpark gibt uns die Möglichkeit, die Wünsche unserer Kunden detailgenau zu realisieren. Von der Ausarbeitung bis zur Umsetzung liegt uns die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen. Von unserem Standort Haarwangen im Unterallgäu werden täglich bis zu 8.000 Produkte verschickt. Unsere Mitarbeiter und Kunden schätzen uns als einen zuverlässigen und fairen Partner. Wir können uns mit Stolz einer der führenden Spezialisten den Metallbau nennen.